Guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Road to Armeelager Level 8, weil ich ja jetzt noch Level 7 bin und es ja ewig nicht gerissen gekriegt habe, weil ich halt wirklich ja nicht so lange online war und dann halt eben ja überrascht wurde und dann geht das natürlich nicht. So, jetzt wurde ich eine ganze Zeit lange halt gar nicht angegriffen, obwohl ich schön fett Videos geschnitten habe. Jetzt starten wir hier bei 5 Millionen und ich probiere halt wirklich richtig Gas zu geben und ja relativ viel Loot für euch zu kriegen oder für mich natürlich, klar, wir müssen ja knapp 2 Millionen kriegen und ich schneide euch dann das Beste, sage ich jetzt mal wieder, zusammen. Der ist gar nicht so verkehrt. Also normalerweise würde ich auch sagen, so bringt wenig Loot, aber die Sache ist die, der hat hier sogar noch ein bisschen was im dunklen Bereich zu liegen, würde ich gerne mitsnacken. Und dann schauen wir mal, was hier geht. 4 und ich muss jetzt hier wirklich ein Rage setzen, einfach um wirklich halt klar zu machen, hier möchte ich rein, hier soll es losgehen und dann schauen wir mal. King einfach zum, ja, zum Clearen halt außenrum. Die Queen hat definitiv genug Zeug, was sie hier definitiv erst nochmal ab, ja, abballern kann. Sind die Mauerbrecher eventuell noch im Rage gewesen? Ja, das lief auf jeden Fall. Nicht zu viele Mauerbrecher gespammt, einwandfrei. So, King wird geraged. Und Queen habe ich noch die Ability hier jetzt, die Bogenschützen dazu verballern, wäre glaube ich ein bisschen sinnfrei. Aber ich würde jetzt an der Seite auf jeden Fall schon mal ein bisschen probieren zu clearn, weil die mir sonst, ja, ich glaube die rennt auch so. Oh, jetzt zum Magiaturm. Habe ich Glück? Da habe ich echt, ah, ich weiß aber, dass ich das mit den Bogenschützen nicht hinbekommen werde. Da würde ich fast drauf wetten. Oh, knappe Kiste, aber sie rennt dann außenrum garantiert. Aber gucken wir mal, wie wir das drehen. Weil der ist natürlich nicht verkehrt. Ah, Queen, solltest du aber reißen, dass kein Luftfeger in deine Nähe passt. Ja, geil, sehr gut, sehr gut, dass sie durch die Mauer geht, weil sie hätte nämlich auch noch anders laufen können. Hier kommen, gehen wir kein Risiko ein. No Risk, No Fun, Vista selber, ist nicht immer das richtige Motto. Jetzt muss ich natürlich den Rage noch in der Hinterhand behalten. Jetzt ist aber der Bogieturm weg und somit passt das. Somit sollte das hier ganz, ganz, ganz sweet laufen. Aber wir wollen natürlich auch das dunkle Lager. Das wäre ja ziemlich cool. Und ich sehe das momentan noch nicht. Ich würde eher sagen, die hält sich dann hier mit auf. Aber vielleicht haben wir Glück. Manchmal hat man es ja echt, dass die dann richtig geil läuft. Könnte knapp werden, aber könnte knapp. Na, schauen wir mal. Ansonsten hier, der wäre auch noch so ein Trostpflaster. Auf jeden Fall der Bohrer, dass man den eventuell noch mit snacken könnte. Mal schauen. Na, ich muss mal gucken. Luftfeger, wie gesagt, nicht in der Nähe. Alter, ich meine, der X-Bow, der hämmert ganz schön fett weg, Alter. Das ist schon ganz schön krass. Aber ich will nicht... Ah, jetzt geil. Sehr geil. Leer gegangen. Leerer X-Bow. Effektiv. Richtig nice. Also effektiv für den Angreifen... Ne. Für den Angegriffenen natürlich nicht. Da ist er logischerweise nicht mehr effektiv. Jetzt haue ich hier noch ein Rage rein, weil mir die Queen sonst definitiv down geht. Schade. Zwei Rages rausgeballert. Wäre natürlich geil, wenn jetzt noch das Dunkle kommt. Ne. Schaffe ich zeitlich nicht mehr. Schaffe ich zeitlich definitiv nicht mehr. Ah, ein bisschen ärgerlich, weil ich es eigentlich wirklich wegen dem Dunklen gemacht habe. So ist es okay. Aber sind wir ehrlich. Alleine wieder zwei Rage Spells raus mit 33k, glaube ich. Also 66. Alleine wieder das... Das, was wir hier haben, ist ziemlich nett. Ich würde sagen, von hier aus rein, dass sie sich hoffentlich hier lang zieht. Ist auch eine Tricky Action auf jeden Fall. Ich habe keine CB. Ich habe nichts weiter. Ich probiere es trotzdem. Auch wenn ich eventuell auf die Schnauze kriegen könnte. Klar. Das könnte durchaus passieren. Hoffen wir es mal nicht. Ich denke, jetzt wird sie sich ranziehen. Jetzt noch ein bisschen ablenken. So ein bisschen mit den Mauerbrechern, dass ich ihn so ein bisschen... Ja, zack, rein. Das ist cool. Das wollen wir sehen. So, jetzt bitte... Oh yeah, Baby Dragon in der CB. Sollte aber... Sollte easygoing sein. Na, der geht schon ganz schön ran, würde ich mal sagen. Jetzt da... Ah, jetzt fängt die Queen auch schon an zu burnen. Ich wollte es... Ganz ehrlich, ich... Hm... Zwei. Aber da habe ich jetzt den Vorteil. Die sind ja jetzt nicht im Wut, weil sie zu zweit sind. Ah, jetzt ist einer nur noch da. Oh nee, es ist mir zu tricky. Es ist mir zu tricky. Wenn ich dann da sitze und dann schön den Angriff verkegelt habe, bringt mir das null. Und dann muss halt der Rage her. So richtig schön die Mauern aufgesprengt. Easygoing. Das passt. Rage behalte ich jetzt wieder... Wieder anvisiert sozusagen, dass ich ihn droppen könnte. Aber das passt ganz locker hier. Richtig sweet, das Ding. Weil sie wird jetzt richtig schön innen drinne hier. Zack, zack, zack. Das auf jeden Fall auch. Und dann vielleicht hier noch. Gucken wir mal. Also... Das läuft richtig nice. Weil sie hat absolut keine Ambitionen, nach draußen zu gehen. Weil innen drinne halt wirklich alles parat steht. Warum denn nicht? Das ist natürlich dann ziemlich geil. Schön. Jetzt denke ich mal hier so Goldlager. Oh nee, gleich sogar noch aufs Town Hall. Ziemlich geil auf jeden Fall. Ja, ich sehe schon langsam, wie mein LX ein bisschen mehr wird. Und dann halt wieder. Man könnte jetzt sagen, oh, spamme ich mit Mauerbrechern irgendwo hier rein und mach da vielleicht was. Aber ich kann sie mir halt auch einfach mal aufheben und dann gleich so ein bisschen LX sparen. Also das ist wirklich immer im Hinterkopf mittlerweile echt drinne. Jetzt wähle ich wieder nicht den Spell, weil ich die Gefahr nicht eingehen will. Bei Bluestacks habe ich es halt eben, dass der sich einfach mal löst, der Schuss und dann einfach mal ein Spell gedroppt ist. Und da habe ich nur gar keinen Bock drauf. Klar, jetzt sitzt sie halbe Ewigkeit dran an der Mauer. Aber egal, da muss sie durch und hoffe ich mal. Hier, der wird jetzt garantiert losgelegt. Ha, schade. Sie hätte hier noch kaputt machen können. Jetzt geht sie natürlich außen sozusagen in das Zeug und wird höchstwahrscheinlich, wenn die Zeit noch reicht, sogar noch anfangen eine Mauer zu zerstören. Und das ist natürlich das, was ich gar nicht möchte. Aber so ist das Leben. Dann war es das immer noch. Sogar die 50% noch geknackt wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Aber das ist okay. Passt. Ja, geht. Also dadurch, dass ich halt das Dunkle noch dabei habe und 200 von beidem ist in Ordnung. Ist okay. Wie gesagt, man muss dazu sagen, dass man halt nicht viel für die Truppen ausgegeben hat. Ich sehe gerade, mein XBO ist fertig. Ich meine, XBO ist fertig. Das finde ich ziemlich nice. Das ist echt richtig geil. Dann wird der Inferno auch bald durch sein, ganz genau. Und dann sieht es natürlich auch schon wieder mal ganz anders aus. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, wieder was anzustupsen, weil ich halt wieder zwei Arbeiter frei habe. Also hier haben wir einen Gegner, wo ich mich echt frage, was hat er gerade gemacht? Also er hat vom Gold her relativ viel am Start. Von daher frage ich mich schon, was machst du gerade? Aber okay, soll mir vollkommen egal sein. Ich greife den an. Und jetzt gehe ich erstmal von unten, weil ich hier halt wirklich das Gold schon mal direkt bekomme. Zwei, ja, gute Lager. Ich kann ja nicht mehr gemaxed sagen, weil es ist ja nicht mehr im Maxed-Zustand. Theoretisch wäre noch mehr möglich. Nicht bei Taun 99, aber halt grundsätzlich. Aber da ist halt eins, was nicht komplett gemaxed ist. Und deswegen greife ich unten an. So, und jetzt gucken wir mal, was wir kriegen können. Wie gesagt, Minen und Sammler komplett außen vor lassen. Was mich so ein bisschen überrascht, ist halt wirklich, der muss von hier angegriffen worden sein. Und hier eben noch nicht so hart. Ich lege es natürlich aufs Elix an. Aber wenn ich es halt nicht so bekomme, wenn sie halt andersrum geht. Aber sie tut mir den Gefallen und geht in die Richtung. Und genau das wollte ich von ihr. War jetzt aber wirklich, klar, ich habe sie hier gedroppt. Hätte sie da gedroppen können, dann wäre sie da rumgelaufen. Aber ihr wisst selber, man kann sie auch nicht immer so leiten. Man kann kleine Tipps und Hilfestellungen geben. Aber wie sie dann am Ende läuft, alter, sie wird gerade richtig gebumst. Bam, Junge, da kommt die Ability. Das ist cool, aber die Heiler sind mir auch wieder zu dicht in der Base drin. Folgendes Problem, wenn sie nämlich, wenn die Queen ausnahmsweise nochmal aus dem Bereich des Expos weg gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Wären die jetzt nämlich zum Beispiel auf Luft und Land, dann wäre die Range halt kleiner gewesen und dann hätten die Expos schon die Heiler anvisiert und dann hätte ich ein Problem gehabt. Jetzt läuft das hier echt richtig Premium. Aber ich sehe gerade, wir haben eine Pekka am Start. Und ich glaube nicht, das wird es mir, nee, da fange ich gar nicht erst an zu pokern. Wirklich nicht, weil ich will halt mit der Queen weiterarbeiten. Und dann sind mir die sechs Minuten vollkommen okay. Aber ich weiß ganz genau, ein, maximal zwei Hits. Und das hätte ich einfach nicht kompensieren können. Die wäre down gegangen. Ich hatte halt die Ability nicht mehr. Ist natürlich doof in dem Moment, dass ich mir sage, gut, okay, ich habe halt nicht wirklich Loot geholt. Aber was bringt mir das, wenn ich dann da sitze und dann effektiv, ja, noch viel mehr Zeit reinbuttern muss und die Queen halt nicht habe. Jetzt haben wir hier echt ein Problem. Ich habe nur drei Heiler. Das ist, das kann richtig zum Hardcore Problem werden. Und dann muss ich halt wirklich einen richtig, richtig soften Gegner finden, der mich halt wirklich nicht ansatzweise irgendwie hart fordert und aber trotzdem ein bisschen was Loot bringt. Also am besten wäre halt wirklich ein inaktiven, wo ich halt wirklich einfach nur außenrum so ein bisschen absammle. Weil alles andere ist hier echt zu viel. Weil drei Heiler das halt einfach nicht kompensieren können. Ich probiere das hier. Ja genau, ohne Queen. Genau, läuft bei mir. Jetzt ist die Queen dabei. Kann ich noch einen Heiler? Ne, ich kann leider noch nicht auf einen Heiler zählen. Also drei Heiler, das wird richtig schwer. Zumal, wenn ich halt wirklich die drei Heiler wieder wegballere, habe ich halt wieder 30.000 Miese. Und die muss ich halt auch mindestens wieder reinkriegen, sonst lohnt sich der gesamte Angriff nicht. Hier, da, da, ein Inferno hier und der zweite ist vielleicht im Bau, kann ich jetzt gerade nicht überschauen. Aber das sollte machbar sein. Die und die. Dass ich die zwei Lager auf jeden Fall klar mache. Den anderen kann ich mit dem Inferno eh vergessen. Drei Heiler. Ja, ich habe die Ability. Ich will die Rage Spells auch nicht nutzen. Ich muss gucken, dass ich mit dem King auch noch rangehe und dass der halt wirklich einfach nochmal ein bisschen was tankt, währenddem die Queen halt dann schön den goldenen Schuss verpasst. Geh bitte nicht in die Richtung, Mädel. Also in alle Richtungen, aber in die Richtung gehst du bitte nicht. Also da habe ich dann schon hoffentlich ein Wörtchen mitzureden. Ja, genau. Wenn, dann gehst du bitte in die. Ganz genau. Da, that's what I like to see. So, King ist da gut am Start. Genau. Ah, jetzt kommt es langsam in den Bereich Ability zünden. Jo, Ability muss gezündet werden. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier ruppen. Ich haue jetzt einen Rage raus. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Wie gesagt, jetzt ist es halt schon eine, in Anführungsstrichen, relativ teure Kiste. Ich sehe das noch nicht, dass die Queen da wieder rauskommt. Ich glaube, die Queen stirbt mir dann weg. Aber gucken wir mal. Ja, wiederum, wenn sie sich da durchkämpfen würde, aber die Ability ist weg. Also spätestens, wenn sie in der Nähe von dem Inferno-Turm kommt, der halt auf Single ist, dann muss ich da abbrechen. Na, nun macht die Kanone noch kalt. Dann Minenwerfer und Boogie-Turm. Und dann, ja genau, jetzt geht ihr, hm, okay. War aber okay. War in Ordnung. So, dann fangen wir mal wieder an hier. Ob wir hier was kriegen. Und ich skippe euch dann wieder raus, wenn es interessant wird. Im Boost muss ich echt sagen, läuft das hier echt richtig cool. Wie geschnitten Brot. Und wenn man die Queen halt nicht komplett absäbelt, dann, und also vorher nochmal die Reißleine zieht, sage ich mal, schade, die beiden Entfernungen. Ah, ärgerlich. Klar, man hätte einen Frost mitnehmen können. Aber ich bin mir wirklich mit den Rage-Spells, finde ich, bin ich da auf einem besseren Weg. Das läuft ein bisschen besser. Und wie gesagt, auf Level 1, wenn der halt wirklich dann vom Level her ein bisschen besser ist, dann, denke ich mal, ist das vielleicht auch wirklich noch eine Option, dass man wirklich sagt, okay, drei Rage und ein Frost zum Beispiel. Da schauen wir mal. Den könnten wir eigentlich auch nehmen, weil der halt auch relativ low im Gesamten ist. Hier natürlich auch gut bekommt. Dann von dort, ja, das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Außerdem haben wir draußen immer noch ein bisschen Loot so zu bekommen. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier alles passt oder ob die mir hier komplett down geht. Wäre eigentlich unschön. So, und jetzt hier so ein bisschen Ablenkung noch. Aber wenn sie natürlich jetzt rumläuft. Ja, sehr gut, sehr gut. Sie hat sich nur gedreht. Sie ist nicht woanders hingelaufen. Das ist natürlich ein Moment, in dem der Heiler weiterhin richtig Gas geben kann. Und wenn sie natürlich dann erst woanders hinrennt, wisst ihr selber, dann triggert der Heiler sie erst ein bisschen später. Ist natürlich dann für mich richtig für den Hintern. Und das gibt mir natürlich richtig gut Punkte. Das dann, ah, Mauerbrecher, wo rennt ihr hin? Ja, und genau, genau, auf die Sprungfalle. Ability. Jetzt. Gucken, ob das noch hier was bringt. Denke ich schon. Denke ich schon. Jetzt ist wieder die große Attacke vorbei. Und sie wird sich, denke ich mal, sogar noch nach drinnen hin, ja, durchkämpfen. Das sehe ich auf jeden Fall noch. Und genau, das nennt sie sich schön. The Dark Elixir. Und die wird sich garantiert noch mit den Magier-Türmen anlegen. Weil es gibt nichts anderes in der Nähe. Mauerbrecher haben wir ordentlich gespammt, würde ich sagen. Hier total geiles Zeug. Ich hätte da früher so Angst vor gehabt, vor den ganzen Magier-Türmen. Und jetzt sage ich mir auch, who cares, Alter, was geht denn? Ist halt wirklich ganz enorm. Also, wenn man sich halt das anguckt, welche Truppen halt, wie auf welche DEF-Gebäude halt gehen. Wenn du mit Riesen unterwegs bist, sagst du dir, was ist ein Magier-Turm? Ein Magier-Turm ist ein Klacks. Hier haben wir jetzt wieder das Problem. Wir haben hier den Luftfeger, der halt wirklich einfach dafür sorgt, dass die Queen nicht durchgängig geheilt wird. Und das ist natürlich schon ein Problem. Wenn die Tesla gerade richtig am Start ist, kann das halt richtig ein Problem werden. Ja, genau. Ganz genau. Hier richtig nice. Richtig gut aufgeräumt hier. Oh, super gut. Super gutes Spiel von der Queen, dass die nochmal zurückgelaufen ist. Und halt wirklich, sonst wäre der Boogie-Turm halt definitiv auf die Heiler gegangen. Oh, jetzt Problem, Problem. Rechtzeitig noch der Rage gesessen. Auf jeden Fall, das ist Queen-Walk auf gutem Niveau. Ich will nicht sagen höchstes Niveau, aber das ist schon ziemlich, ziemlich dicht dran. Mehr ist eigentlich gar nicht machbar. Richtig, richtig geiler Scheiß. Bin wirklich gut zufrieden mit ihr. King ist gleich down. Ist ein Vorteil, weil 9er King macht nicht viel. Aber man sieht es halt wirklich, dass er die Queen dann schon gut rasiert. Besonders in Verbindung mit Kanone und mit Boogie-Turm. Da geht die Queen schon schnell mal down. Auf jeden Fall. Richtig cool. Das passt. 5,7 Millionen haben wir bis jetzt. Das heißt, wir haben noch ganze eine Million, um dann das, etwas mehr als eine Million, um das Armeelager zu upgraden. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wie gesagt, dieses Road 2 habe ich ja sonst nie gemacht. Aber ich denke mal, das ist, denke ich, doch eine richtig, richtig coole Nummer. Das war es von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.